Es läuft, es läuft wie Hölle. Alle sind da, wir sind hier im wunderschönen Österreich, in St. Pölten, im FATS, Veranstaltungszentrum Nummer 1 in Österreich, vielleicht, keine Ahnung. Für alle ist es gut. Wir sind absolut im Timing, Laune ist auch gut, Technik funktioniert, Leute sind gut drauf, Fans waren gestern gut drauf, Ingolstadt war super. Österreich ist immer super, deswegen das Wetter ist auch super. Also was kann schief gehen? Was ist wahr, was ist falsch, was ist wichtig und was nicht, was egal, was verwerflich, was betrifft auch nicht. Zu viel Wut, zu viel Abgrund, tiefer Hass, mach mich angreifbar und mach mich schwach. Tatsächlich glaube ich, für ihn und mir geht es heute wirklich bedeutend besser als gestern. Ich glaube, das Spielen hat der Gesundheit gar nicht so geschadet und zwar haben wir so das Empfinden gehabt, dass durch das Schwitzen des Alaralin viele Krankheitsviren in die Flucht geschlagen werden konnten. Und wir haben gut gefrühstückt, ich habe geschlafen wie ein Stein, jetzt haben wir frei und werden nochmal ein bisschen gammeln, schauen uns noch ein bisschen zu erholen. Und dann wird es in Riesa hoffentlich ohne Husterei auf der Bühne vonstatten gehen, aber war super. Ingolstadt hat mir sehr, sehr gut gefallen, immer wieder gerne und nicht nur zum Audi-Kauf. Sei stark, doch leg diese Fesseln ab, tu es jetzt und nicht erst am letzten Tag. Nichts ist zu spät, wenn du es wirklich willst, zieh zu, dass du auch mal Liebe fühlst. Dir fehlt ja immer noch die Tüte. Tape. Jetzt klingt es halt wie ein Kondom. Klingt ja ein Kondom, bitte. So, hörst du dir an. Komm, warte. Alles, was ihr ab jetzt sagt, müsst ihr viel mehr gefühlsechter sagen, sonst kommt ihr nicht an. Ja. Augen, 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 Augen. Denken auch von vorn an, denn nur einfach Ehren schafft nur die Gefähren. Komm schon von neu an, komm schon von neu an. Wir haben uns irgendwie durchs Konzert durchgebissen, aber es hat nicht sollen sein heute. Irgendwann war dann wirklich die Stimme von Philly weg und dann mussten wir das Konzert ein bisschen kürzen. Das tut uns sehr leid für Sankt Pulten, weil die Stimmung war grandios. Es ist immer schade, wenn man ein Konzert nicht zu Ende spielen kann. Aber trotzdem, wir haben es durchgekämpft und noch das Beste daraus gemacht. Das war grandios, die Stimmung ist bombastisch. Das kennt man ja von den Österreichern, viele schöne, hübsche Mädels. Ich kann uns eines versprechen, wir kommen wieder in Sankt Pulten und dann gehen wir nochmal 100 Prozent. Ich Laschet, wir haben euch noch eine Schlauppe für Sankt Pulten. Daher ist dieser Schlauppe für Sankt Pulten. Wir werden ja nicht nur gerecht, dass wir hier eine Nachricht ändern.